Der Start ist freigegeben zu unserem dritten Tagesbewerb, die sieben Teilnehmer beim Anfahren zur 1600 Meter Startmarke. Favorisiert in diesem Tagesbewerb geht Programm Nummer 7, Actionfotos da. Die Teilnehmer beim Formieren hinter den Pferdewetten, die Startwagen. Und nun sind es noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Ums Kommando bemüht, ist natürlich gleich erwartungsgemäß. Von der Innenkante, Dream Chill, außen kommt Gräfin Almaty und auch Jacques Le Mans gut weg. An der Innenkante hat Actionfotos da einen blendenden Start aus der zweiten Startreihe gehabt. Dahinter sieht man Giga Limited vor Messi und den Abschluss macht Didet de Rougie. In Front, Dream Chill, an zweiter Stelle Actionfotos da. Dann an dritter Stelle Gräfin Almaty vor Giga Limited und Jacques Le Mans. Dann sieht man Messi und außen kommt Didet de Rougie weiter. In Führung sieht man Dream Chill. Dahinter an zweiter Stelle Actionfotos da. An dritter Position Gräfin Almaty, die jetzt in die zweite Spur beordert wird. Dahinter auch Giga Limited in zweiter Spur. Und Didet de Rougie. Innen kommt Jacques Le Mans gut weiter. Auch Messi ist noch gut dran am Feld. In Führung an der Innenkante, Dream Chill. Außen in zweiter Spur kommt Gräfin Almaty. Schritt für Schritt näher an der Innenkante. Actionfotos da. Dann sieht man Giga Limited, die noch gut mithalten kann. Innen noch Jacques Le Mans vor Didet de Rougie. Während Messi hier einige Probleme hat, den Anschluss zu halten. In Führung, Dream Chill. Auch zu Beginn des Schlussbogens. Außen Gräfin Almaty in zweiter Spur. Dann an der Innenkante. Actionfotos da. Hier ein wenig eingesperrt. An vierter Stelle begeht Jacques Le Mans ein Fehler. Dann liegt noch Giga Limited vor Didet de Rougie. In Führung, Dream Chill. Programm Nummer 4, Diskalop 4. Dream Chill wird nun zum Angriff beordert von Actionfotos da. Innen Dream Chill, außen Actionfotos da. Innen Dream Chill kann sich wieder ein wenig freimachen von Actionfotos da. Innen Dream Chill, außen Actionfotos da. Und das Rennen geht an. Dream Chill vor Actionfotos da und Gräfin Almaty. Programm Nummer 5, Dis Unreine Gangart. 5, Dis. перв时候 weiter zula is�nig. . . . Untertitelung des ZDF, 2020